Halli, hallo, hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Deep Rock Galactic mit Minyas. Guten Tag. Spiele Kaiser. Guck, guck. Und dem unglaublich gut aussehenden Jack Flasher. Hallöchen. Hallöchen, Herr Schröber. Mein Name ist Mario Schröber. Viel Spaß. Sehr gut. Schwerste Mission, Fractured Cavity. Ein offenes Level. Nicht mehr linear wie die anderen Level, sondern müssen unser eigener Weg finden und möglichst alles suchen. Also, wir haben doch keine Hinweise. Es gibt doch keine Hinweise oder was? Mhm. Es gibt keine Hinweise. Wir kriegen massiv auf den Arsch mit, mit M vielleicht, mit Map irgendwie. Ja, ja. Naja, klar. Na sicher. Also, sie sollten am besten gleich wieder ausmachen. Ja. Hat er jetzt aber schnell geladen, was? So, ich bleib im Raumschiff, ihr macht das. Let's work together. Ich halte euch die Sitze warm. Ja. Ich kann auch immer noch bubten. Mission in Progress. Okay. Was passiert eigentlich, wenn wir sitzen bleiben und uns verweigern? Das ist eine gute Frage, ja. Genau, machen wir. Wahrscheinlich haben die irgendetwas eingebaut, die sie nicht rausschieben. Habt ihr Karten dabei? Ja. Oh, das wird jetzt witzig. Witzig. Hier ist doch, guck mal, hier ist auf jeden Fall. Ja, ist gleich mal Gold. Das ist meinig mit Hinz. Oh, was ist denn da oben mit dem Feuer? Lass uns gleich das Gold abkommen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was ist denn? Da Richtung Westen. Da kommt ein bisschen. Fickst du mich. So ein bisschen. Dafür ist ja die ganze Gold hier wahrscheinlich, oder ne? Verfluchte Axt. Naja, das ist einfach mal ruhig und sagt gar nichts. Na, ich hab den Felser. Ich hab den Felser. Ich hab den Felser. Warte. Rock'n'Roll. Gold ist voll. Ey. Wer ruft denn den hier zu? Ichke, leider. Tominite. Sorry, go. Nate raus. Und? Ist easy, oder? Ich find's so geil. Sofort geht's so los, ja? Entspannungslevel. Das wird ein kurzer Folge. Lass mich. Ich bin tot. Wo ist denn jetzt der Wall-E? Geh in den Mini mit. Ich weiß nicht, wo der Wall-E ist. Oh, nee. Ich hab's auch auf den Schaden. Acht Millionen Viecher, du suchst den Wall-E. Interessant. Kann man denn? Ihr seid ja alle tot jetzt, oder was? Alle. Ach, Mann. Einmal Profis. Okay, klär das. Er macht das. Genie, 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 Genie. Genie, Genie. Oh, das sieht doch mal gut aus. Genie, Genie, Genie. Ich seh nur grüne Backscheißfliegen hier. Wir sind hier bei einer M-Centry-Gun, Jackie. Ich weiß, wo ihr seid. Ich seh euch ja. Ach, ihr seid bei einer... Da steht das H-Centry-Gun? Ja, direkt neben euch. Wir waren angeknabbert, Jackie. Ja, die sind so 30 Viecher ungefähr. Eine Granate könnte das klären. Ich hab leider keine mehr. Er hat gerade verballert. Ich werde einen probieren, wieder zu überleben. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich muss weiterlaufen. Granate, Granate. Direkt auf und auf die Leichen drauf. Ich hab keine. Schrobi, musst du. Hä? Oh, geht's jetzt? Wo hättest du ihr gefallen? Das ist ja blöd. Läuft gut. Wir schaffen das. Läuft gut. Läuft super. Komm und rescu mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Entschuldigung. Habt ihr nicht geschafft. Du bist auch durch von mir? Ja, schon wieder, ja. Wirklich? Aber wir liegen auf einer Stelle. Wenn jetzt eine Granate wird... Ich hab da ja keine mehr. Das ist ja nett. Das ist mal schade. Bastard. Probier durch die Viecher durch. Okay, ich zünde jetzt. Was willst du zünden? Ich liege. Selbstdestruct. So, Selbstdestruct. Hat funktioniert. Es ist auch ein leichtes Level. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann. Mach mal nochmal an hier. Das kann ja jetzt echt nicht dein Ernst sein. Mach den Scheiß wieder an. Weiß schon. Rookie Griner hier. Mach jetzt an. Komm. Ich bin dabei. Weißt du, jetzt hab ich mal Server suchen, dann macht er nichts. Kann ja nicht sein. Also, Plan 1. Sofort alle Sentry Guns aufstellen. Wir haben genug Gold, um wieder nachzuschieben. Ey, guck mal, das ist ein anderer Server. Wollt er mitmachen? Nee, wir sind ja... Komm. Minyas. Mach an. Ist offen. Plan 2. Ist doch offen. Brauchen Licht. Ist doch offen. Plan 3. Das war hart. Ja. Das war hart. Das ist die Mühle, wo sie ist. Genau, Kaiser. Du machst direkt so einen Kreis aus Sentry Guns. Mario, ready. Sentry, ja. Und stell mich dabei mit. Genau. Und da stellen wir auch dann die Mühle hin. Aber das andere ist nur noch Glück. Kein Problem. Das war ein guter Plan. Super. Mario hat dein Rechner in der SSD drin? Man sollte... Ja. Ist da oft das Spiel installiert? Bei mir aber auch nicht. Okay. Ah, okay. Das wäre ja professionell. Das würde mich einfach mal interessieren, weil... Nee, also bei mir auch nicht. Sonst können wir eine Ladezeit verzögerung vom Fleisch haben wir bei Conan. Achso. Das hat er nämlich auch... Hat er auch extreme Verzögerungen. Bei mir auch gleich. Vielleicht liegt es an Hamburg. Hamburg hat Probleme. Hamburg hat Versögerung. Okay. Plan verstanden? Ja. Sentry Guns. Sofort. Geil. Alle hier rein. Love it. Und go. Oh, sieht geil aus. Oh, blau. Mal Licht. Oh, Dreckfiecher. Danke. Alter, Vater ey. Was ist das? Also. Nur mal der Ound. Wir senden dich in deep Trouble, ja. Nein, nein, nein. Du schießt auf mich, du blöde Gun. Blöde Gun. So, ich brauche noch mal eine Hände. Ach, du Scheiße. Ich bin dein Freund. Let's see me that one. Let's see me that one. Come, 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 come. Genau. See, wie der Gun steht? Gut, danke. Ja, die dritte schon. Nice. Mockheit holen. Ja. Mocki, Mocki. Ich brauche die drüben noch Mockchen, wenn es geht. Oh Gott. Oh Gott. Explosions- Äh, sicher, ja. Geh mal rein hin. Komm, komm, komm. Geht so. Er schützt mich. Er schützt mich. So, steht. Oh Gott, oh Gott. Ich verziehe mich. Ich will raus. So, alles hängt wie ganz klar. Hier geht's runter übrigens. Hier geht's runter hinten. Äh, so. Die Hülle sieht doch gut aus mit dem Blau. Oh Gott, was weißt du denn hier, Digga? Hier ist hübsch. Ah, schöne Mockheit. Einfach weg. Ah, da unten ist aber nicht schön. Gehen wir unten weiter? Hier unten geht's weiter. Achso. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr Mockheit drin. Da oben ist Gold. Patsch. Wo ist der Fuck Mule? Echt Baller, ihr baut. Echt Baller. Andersrum. Du baut und baut. So. Echt mal ich. Das ist doch Multitask. Das geht nicht. Wie geht's da unten? Das ist aber Quatsch. Da hinten. Ist da oben noch irgendwas? Nee, ne? Da, hier ist noch ganz viel Gold hier. Oh, und so viel Mockheit. Leckung, Mio. Du bist eigentlich eigentlich raus aus der Höhle fast, ne? Ja, ich weiß nicht. Wir haben schon 100. Brauchst du eine Plattform unter dir da? Der auch immer da steht. Oh, Entschuldigung. Okay, bis jetzt. Falter, falter Knopf. Okay, jetzt dann. Doch, also gut, bei mir ist, ich bin aber so gut wie, ah, da oben ist noch Gold. Wartet gleich zum Anfang vielleicht so eine Welle und jetzt kommen sie in Wellen, also. Warte mal sozusagen. Also das ist deine Hoffnung, oder? Ja, das ist meine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, ja, tatsächlich. Werdlich. Wie geht's auch noch nach unten? Ähm. Wo komm ich denn hier hoch? Da hier. Okay. Gold voll. Ach du Scheiße. Warno? Ja, da kommt was. Ah ja. Wo ist die scheiß Drohne? Wo wir abgeben können? Hier, in der Mitte hier. Guck mal auf die Map jetzt. Jetzt müsste gleich richtig gewuse sein. Ah ja, ich sehe es. Ja, aus Richtung, äh, 240, aus, äh, ins Westen. Smoke him. Smoke him. Okay, abgegeben. Auf jeden Fall, die, die Explosionsschieße, wie ich ja gleich zum Anfang irgendwie probieren zu erwischen. Ich hab hier oben jetzt schon Gesellschaft Das ist da oben, ok, gut gesehen Platz vorm Sehr gut, Kaiser Sehr gut Ist das Gold? Hol das da oben noch jemand Ich hab keine Granaten mehr, können wir das? Nachschub, ich hol mal Nachschub, ja? Nachschub? Ja, ja, mach Sehr gut So, Nades raus Guck mal auf die Map, guck mal auf die Map, das ist unglaublich Verdammt, ich hab nur ein Leben Oh nein, komm, komm, komm Nein Ich komm runter Wer ist das? Oh ne, ok, hier drumherum Drumherum ist echt schwierig grad, ne? Ja Ich bin tot Lass uns erst die Viecher wegmachen Ja, ich bin nicht dabei Sobald ich hier, ne? Die Luft wieder frei ist Flammenwerfer an, ne? Ich hol jetzt Schroeber Ich hol Schroeber, dann Flammenwerfer Sofort Und jetzt ist der andere dran Oh nein, ich sterbe auch gleich Ich hab noch 48 Fuck Ich bin schon wieder tot No way Oh, ich bin in den Loch gefallen Oh, ich stürze ab Ich bin tot Ich bin tot Ich bin ein riesen tiefes Loch Auf so ein Vieh gefallen, was andere Viecher spuckt Und das war... Ich seh nur noch schwarz Oh krass Die Firma hat wieder Geld verloren Das war ja einfach Es ist ja überhaupt nicht schwer, diese Level Das schaffen wir bestimmt Sollen wir mal die erste Mission spielen? Krass Das ist machbar Das ist machbar Wir müssen die Fläche frei machen Ja, wir müssen alle... Ich bin soweit Ihr könnt rein Die Fläche muss frei Okay Wir müssen uns dabei kümmern, dass wir gleich Gold holen, was wir außenrum haben und sofort den Supply-Drop holen Damit wir uns auch wieder überleben können, würde ich sagen, ne? Dass ich den dann auch jeder nehmen kann, wenn er braucht, oder was? Ja, von mir aus Genau Das wird gleich mehr vielleicht holen Was? Was ist denn nun los? Ready Achso Ingenieur Ja Das muss machbar sein Nee, ist easy Das hat keiner gesagt Sturz Herr Sturz Das hat keiner gesagt Mr. Sturz Mal lieber Herr Sturz Das ist keiner gesagt Das ist einfaches Aber das ist machbar Du musst natürlich auch ein bisschen Disziplin haben und nicht immer gleich weiter gehen wollen vielleicht Oder nicht in jedes Loch alles machen Das ist ungewöhnlich, ne? Jede Stelle, jede Kette ist nur stark wie ihr schwächstes Glied Und wir wissen alle, wie dein Glied aussieht Ach, Alter, vielleicht schon mal alles so mit dir jetzt los Was sind denen jetzt? Entschuldigung, das war die Wartezeit, die brügt mich dann manchmal Achso, okay, ja Kommt vom Grillen Vibrilisch Ja, genau Kommt vom... Vom Beef, ja Holzfäller Steakjacks Kennete die Werbung, habe ich schon oft erzählt, oder? Das Pärchen, was da sitzt Und eine Radio-Werbung Nee Sie sagt so Schatz Hör mal, die Grill Also Ich riech' nix Hehehe Achtung, Knall Ist ja immer gleich zum Anfang, ne? Die Leute machen bestimmt schon Okay, gleich zum Anfang Knall Was leise machen Ja Nichts, das ist nicht Zuschauers sind schon gewohnt Die gucken die ersten Minute von der Mission stumm Oh, guck dir das an, wie das immer aussieht, direkt. Alter, guck dir das an, ey. Sentry Gun. Fuck, geht der, ja. Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Aue, 92 Leben noch, bitteschön. Boom. Shit. Oh, shit, ich bin ins Loch gefallen. Wie geht's? Was hast du gesagt? Wie geht's? Okay, wir waren so. Weck mich. Mir geht's gut. Boah, Jume, Jume, Jume. Ähm, was ist das denn? Was ist das denn? Hört im Kopf. Das ist ja noch schwerer als... Das ist ja... Ja, du musst echt Glück haben, dass du eine Höhe hast. Das ist eine Höhe, genau, das ist eine Höhe, der... Ich bin direkt weg. Wow. Die Luft liegt neben mir als Sentry Gun, aber das bringt uns. Krass. Schwäbe, du bist unsere letzte Hoffnung. Ja, ich probier's. Ich bin auch da, bin auch da. Alles klar, alles klar. Ich bin dein Freund. Let's keep it that one. Oh, mein Gott. Was ist das denn? Ja, da. Kannst du rückwärts hüpfen und Granaten schmeißen? Ja, da. Nein, ich sterben. Wen, das lebt noch. Noch. Das wird dir teachen. Das wird dir teachen. Oh, mein Gott. Um sich herum haben sie schon mittlerweile so eine Art Kokon gebildet. Ich verwandle mich in eine, was jetzt schwarz wird. Krass. Heftes. Okay, die Folge heißt 1000 Tode. Fehl's am laufenden Band. Fehl's am laufenden Band. Ja, gut. Aber das ist ja echt... Na, fail würde ich das nicht nennen. Nee, auch nicht. Das ist schon eher... Das ist eher ein Probieren. Totaler Tod. Wir probieren es jetzt nochmal. Und wenn das jetzt nicht wird, ja... Okay, trial and error. Nee, nee, nee. Dann hören wir auf. Dann hören wir auf. Spielen wir auf, was leichtet. Spielen wir Harz Online auf. Harz Online. Nice. I love it. Harz Online. Achso, Entschuldigung. Schwerge. Oh, jetzt hat er Passwort gesagt. Schwierig. Oh, schwierig. Könnten wir jetzt auch mit einem zweiten Engineer umherlaufen? Ja, ja. Theoretisch? Ja. Ja, geht. Geht. Ja, er sagt halt nur, es ist empfohlen, dass jede Klasse... Ja, probier mal. Komm, mach mal. Ich mach' einen zweiten Engineer. Alleine wegen der Dings. Alleine wegen der... Sentry Gun. Sentry Gun. Aber der Flamethrower zum Beispiel ist auch nicht zu verachten eigentlich. Ja, nee, nee. Sentry Gun ist super. Die schießen uns ja zum Glück nicht. Ready. Halt drauf, dann nehm' ich noch einen Gatling. Ziplein. Ja. Genau, ich nehm' mir noch einen Gatling. Komm. Zieh' mir mal Gatling. Ja. Wird was. Spüre dit. Ja. Hm. Spüre dit. Hm. Du spürst dit. Du spürst dit. In meinem Habs. Das wird's jetzt, ja. Auf jeden Fall. Ah, sehr ein Tipp, wer uns noch lädt. Sehr nenn'. Amazon Prime Video. Sneaky Pete. Jo. Echt, ja? Ich hab den Anfang anguckt. Geil. Also, eine der besten Serien, die ich seit ewig gesehen habe. Wie fandst du das? Ich hab den Anfang anguckt, dachte mir, naja. Ja, guck weiter. Nee, es ist, das ist richtig so Gangstermilieu, äh, Betrug, richtig gut. Das ist richtig dein Ding, wa? Absolut. In welcher Zeit? Spielt das? Absolut. Jetzt? Ja. Achso, okay. Und vor allem mit Brian Cranston. Der ist ja, okay, den, äh, ich mag ihn ja auch, ja. Ja, und, und, sie geht wieder hier, der, der, der Rimini, äh, Rimi, kann mir Namen nicht merken. Nee, richtig gut. Richtig gute Schauspieler, richtig gute Story. Und auch richtig hart, teilweise. Oh, okay. Dann ist es gut. Dann bring der rein. Blacklist ist auch sehr richtig. So, Sanfi. So. Der erste steht. Okay. Da kommen die Viecher schon. Was ist denn das für eine insane Kacke? Viech hier mich als diese Hacke. Achso, war klar. Oh Gott. Boys. Heiße, ich brauche hier eine Plattform. Ja, warte, wo? Äh, die Richtung hier. Unter dem Gold? Ja, ne, unter dem Morkite. Okay, unter dem Morkite vielleicht auch noch eins? Los, Morkite. Da drunter, da drunter. I need light. Da? Ach, da, okay. Das Morkite, ja. So. Warte, ich mach da noch eine Rade. Perfide? Ja, perfekt. Alles klar. Ich bin bei dir mit jetzt. Fake the Morkite. Gold ist perfekt. Gut, dass du schon in die Lade hast. Gas, Gas, Gas. So, alle Sentries stehen gleich. So gut. Sucker. Jetzt werden wir sterben durch unsere eigene Sentries. Das kannst du auch mit der Katze haben, aber lieber so. Oh, das ist 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 so. Ja, so sieht das aus. Oben links ist, ähm, Osten. Ich sehe ja mit der Gatling. Nordosten ist, äh, voll. Jetzt ist gerade ruhig, ne? Komm ich nicht mal. Ja. Irgendwie zu ruhig. Wir sind wahrscheinlich alle in Locken hier. Ah, hier unten sind noch mehr. Oh mein Gott. Nordosten. Nordosten ist richtig, richtig gut. Ich geh mal runter. Ah, die kommen aus der Wand. Die Sentries machen das. Das ist gut. Die Sentries sind gut aufgebaut. Perfekt. Ihr haltet aber nur begrenzt, ne? Das ist euch klar. Ja. Aber dann bis dahin haben wir 100 Holz vor die Kratzer. 100 Gold. Na, ordentlich Holz vor die Hüten. Hüten. Ähm, geht's jetzt hier raus? Bye. Hilfe. Das ist gar nicht so ein Zeug. Ah, jetzt kommt noch eine Welle. Na ja, klar, warum nicht? Swarming coming. Nice. Like it. Nicht, nicht. Der hat irgendwas mit Christmas Tree gesagt, von daher. Jetzt drück mal M. Okay. Hm? Wo ist Wally? Wo ist Wally? Weiß ich auch nicht. Hier oben ist ganz viel Morkheit, Jungs. Hier oben. Ja, unten auch. Also wir können reiten. Da oben hin jetzt, alles klar. Kommen wir zu mir. Achtung, jetzt geht hier die Action. Wir brauchen nur 60 Gold, Jungs. Da ist noch Gold bei mir, das hat gesehen. Kommen wir. Ich bin vorbeigefallen. Shit. Ich komme erst mal mit Gold. Vorbeigefallen. Wow. Oh. Watt, wieso? Er ist ja nicht mehr in der Fresse hier. Habotter. Nicht bei mir. Wie heißt das? Ich bin untergefallen. Fuck. Oh Gott. Ich bin tot von irgendjemandem auf der Fresse hier. Nein, nicht explodieren. Oh, ich bin genau rennen. Oh. Liegt bei Minas. Liegt bei Minas rum. Oh, sieben. Eieiei. Jetzt kriegt sie genau jetzt rum. Oh, da oben. Ja, sehr gut. Stainthrow ist perfekt. Oh Mann, ich kriege dir blöden Ziplein nicht. Ach, soll schon mal irgendwie. Gib mir deine Hand. Ich würde nochmal, also ich würde sagen, dass ich schon mag. Und, ähm, wenn es jetzt hier vorbeigeht mit dieser riesigen, fecken Qualle, über die dann die, wo sie sagen, Ponyhof online spielen oder so. Ja. Oh Gott. Irgendwie wieder runter. Ich hole euch. Ich hole euch alle. Oh mein Gott. Munizieren, munizieren alle. Na, na, du Viech, du. Jetzt liegt, wie er Kaiser liegt. Ich werde begattet. Ich werde begattet. Sie legen Eier in mir. Das ist jetzt ein ekliges Satz. Sie legen Eier. Ah, ja, ich werde. Kann nicht, was ist denn das? Mein Gerät funktioniert nicht. Tolles Bild, tolles Bild. Danke, das ist ein mega. Jetzt kommen auch noch die Quallen. Natürlich. Bin durch. Da sind noch die Quallen. Alles klar. Okay, ist nichts zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mir ist Sarab. Komm. Nein, ein Leben war ich noch. Ich bin auch tot. Fuck. Sarab, Mir. Tag, kein Sinn. Nee, ich bin ja nicht dran gewesen, Mai. Ich bin dran gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge angetan haben hier. Wir werden es auf jeden Fall nochmal probieren. Irgendwann später mal, wenn wir mal wieder Lust haben. Tipps und Tricks unter die neue Empyreion-Folge, die dann wahrscheinlich als nächstes... Genau. Genau, danach gibt es ein Dün. Wir wünschen euch was. Schönen Tag noch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschö. 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 Tschö.